Kriterium in Luxemburg, ist das die einzige, die du machst? Oder machst du viele Kriterien nach der Tour? Das war mein erstes, aber drei weitere werden wir in der Woche folgen. Und was ist das Programm für den Rest der Saison? Ich gehe zum Völkern und prepare mich für die Worlds. Und du wirst den Spartakus in der World Championship? Hoffentlich, ja. Das ist der Plan. Warum nicht? Ja, das war toll. Ja, wenn ich Glück bin, kann ich es machen. Nicht Glück, du bist gut. Ja, wenn ich die Kraft habe, okay. Aber die erste Stärke in der Tour de France? Ja, das war unglaublich für mich. Das war ein schönes Ende der Tour de France. Und das hat mich immer sehr glücklich gemacht. Ja, es ist eine schöne Saison. Weil Paris ist am Anfang, Tour de France, jetzt. Und dann vielleicht eine World Championship oder eine Stärke in der Vuelta. Das ist eine komplett gute Saison. Das wäre das perfekte Tipp für mich. Ja, das ist wahr. Okay. Und nächstes Jahr? Das gleiche und ein bisschen mehr. Aber wo? Welche Team? Ah, ich weiß wirklich nicht. Ich weiß wirklich nicht. Ist es wahr, dass die meisten der Team zu Bob Stapleton gesagt haben, dass du zwei Wochen mehr warten, um einen Sponsor zu haben? Ist das nur ein Ruhmung? Mein Info ist, dass wir die News am Ende dieser Woche bekommen. Okay. Aber wer weiß. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Wir werden immer wieder posten. Ja, ich auch.